Jetzt kannst du es mir doch verraten, oder? Okay, ich hab einen Kamin. Und den zähnest du auch im Sommer an? Schank. Das hast du gleich sehen. Voila! Ah, ein Frauchen wartet schon, oder wie? Ist das nicht, wie du denkst? Wahrscheinlich ist sie schon ganz gespannt darauf zu sehen, welche Abwechslung du mit nach Hause gebracht hast. Nein, sorry, ich bin nur vorübergehend hier einquartiert. Genau. Ach, so nennt man das jetzt also. Nee, sorry, Leute, aber wenn ihr glaubt, dass wir hier zu dritt oder so... Was? Nee, da bin ich doch ein bisschen konservativ eingestellt. Sarah, warte! Ich mag dich, Alex. Ich mag dich wirklich. Sag mal, Manuel und du, ihr habt zurzeit nicht gerade eine Hochphase, oder? Ist das so offensichtlich? Na ja, der hat ganz schön angepisst reagiert. Man hat das Gefühl, er gönnt es dir nicht, auch ohne ihn Spaß zu haben. Du, ich glaub, bevor wir hier noch mehr anstellen... Abpflücken. Hier, probier das mal. Das hilft dir, die schlaffe Oberarme. Dann hättest du das aber nötiger als ich. Hallo? Meine Muskeln sind wohl wie hart wie Stahl, ja? Hm. Na los. Zehnmal. Oh. Hast du vielleicht ne Zigarette für mich? Hallo, ich rede mit dir? Du kannst doch nicht einfach so da rumsitzen und mich so ignorieren. Das ist doch keine Art! Das ist unprofessionell! Du mieses... Habt ihr zu wenig Nikotin gehabt? Nico... Nicola Willberg, bitte zum Vorsprechen. Das ist doch bei dir. Ja. Das ist doch bei dir. Alles, was ich eben gesagt habe, entsprach nicht der Wahrheit. Es soll nie wieder vorkommen. Hm, also dann, vielleicht sieht man sich ja mal.